Hallöchen, ihr der Nale 4 und willkommen zurück bei Chained Together. Mit dem lieben Erik hier immer noch zusammengekettet sind wir jetzt auf 3170 Höhenmeter fast. Und wir machen dort weiter, wo wir beim nächsten Mal klaglos gescheitert sind. Wir sind bei 60 Stürzen mittlerweile angekommen. Das motiviert einen unter 100 zu bleiben. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal direkt weiter, halten die Schnauze und gehen ganz entspannt drauf los. Let's go! Oh, das war gut, das war easy. Das kostet immer so Zeit, dieser Ständer. Hö, hö. Spring! Ja, ja. Das ist ein High Five. Komm hier. Alter. Junge, das war stressig. Das war dezent stressig zum Ende hin. Ich dachte echt, wir fahren hier noch zehnmal. Aber das ist immer noch ein schlechter Boden, oder? Junge, Junge. Seht das? Rennen wir mal links rum, ob da Flügel sind. Ja, ja, ja. Ich hoffe mal, dass das irgendwie hier ein Safe Space ist. Nalef muss ja unter 100 sein, weil er ist sonst ein sehr netter Mensch. Ich auch. Sonst nicht, sonst bin ich ein Arschloch. So, dann müssen wir da rauf. Okay. Wir müssen auf die Balken hier links, oder? Ja, da oben rauf springen, genau. Okay, dann, let's go. Links von dir sind die Balken. Ach so. Die Balken. Ach, die Balken. Ejo. Ach so, wir müssen einmal ganz rum. Eins, zwei, drei, und rüber. Warte, warte, warte. Und jetzt, wie, da oben rauf. Was war das? Was war das? Wo willst du hin? Ey, ey. Warte, 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 warte. Komm so hoch. Komm, komm, komm so runter. Warte, warte. Ja, ja. Und das war, kurz, danke. Oh Gott, Alter, was war das denn? So, und hopp. Hoppala. Hoppala. Und hoppa. Hoppa. Warte, warte, warte. Und. Alter, okay. Okay, ähm, schräg an die Wand irgendwie. Nee, das waren die Balken, die ich gesehen habe. Schräg gegen die Wand, ja. Oder? Eins, zwei, drei. Hoppa. Und. Geh mal hier rüber und wieder nach links. Und hopp. Okay. Und. Hopp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich pull dich. Aber ich, 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 ich kann nicht, Alter. Komm. Da aufzuschwingen. Nein. Da, 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 da. Mann, passt um. Das zählt übrigens auch als Sturz. Das zählt als Sturz, ja. Ah, laut, und hoppa. Ups. So, und. Hoppa. Jo. Oh, warte. Oh, ist aber auch glitschig hier, ne? Ist frisch hier. So, und jetzt, ähm. Absolut frisch gebohnt. Was? Äh, wieso, wieso? Hä? Ja, so. Ja, das ist, das ist easy. Musst du wieder draufbleiben. Ja. Guck nach unten. Ja, ja, einfach mal runterguck. Für all die, die Höhenangst haben. Ich hab dir ne schöne Aussicht. So, dann sind wir ins Wasser fallen. Nach vorne. Ist das schneller? Genau, festen Boden. Alright. Sind da Flügel hinterm Haus? Sind da Flügel hinterm Haus? Ne. Nein. So. 400 Meter. So hat Indiana Jones das gemacht. Ja, hallo, warte mal. Ich bin irgendwie, grad jetzt komm ich. Okay. Indiana Jones ist, wenn du mit deinem Kopf in meinen Hintern... Äh, verschwindle! So. So, jetzt lass mal gucken. Hä? Wir müssen... Ach, rechts. Boah, Alter, ist aber auch immer gemein mit dem Trampolin. Okay, auf drei, eins, zwei. Nicht an der Kante. Nicht an der Kante. Warte, warte, warte. Hä? Da kommst du doch gar nicht so weit hoch, oder? Noch mal springen. Hoppa! Auf den Balken. Alter, grad so abgefangen, ne? Das muss doch so in die Arme gehen, hey. Das war ja Wahnsinn. So, jetzt lass mal erst mal gucken, wo müssen wir hin? Hä? Hinter, über uns ist ein Balken direkt. Am besten von hier, so. Und über uns ist der Balken. Bitte näher an die Kante, weil wegen... Drei, zwei, eins. Huuu. Uh, okay, noch mal. Und jetzt... Oh Gott, im Himmel. Bilderbuchlandung. Das war traumhaft. So, eins, zwei, drei, hoppa. Achso. Der Garten. Oh, schuldig. Was? Oder ist das nur wieder eine Sturzabfangstelle? Guck mal, ob da Flügel sind. Lass mal gucken. Die Packung Red Bull am Ende, weißt du? Mhm. Wie sagte der Junge in meinem Kindergarten mal? Meine Mutter trinkt Lett Bull. Lett Bull. Ist auch schön. Lett Bull. Ich hätte immer Lett Bull im Schlafzimmer auf dem Nachtisch stehen. Alter, ja. Oh Gott. Das ist so zum Einschlafen. Das ist wunderbar. Zehn von zehn die Landung. Dankeschön, dankeschön. Die beiden Spielfiguren müssen ja Muckis in den Armen haben. Ja, aber sowas von. Aber es ist schön hier. Ich feier das. Ja. Sieht toll aus, auch auf den letzten Meter. Hier ist ein Pfeil auf dem Boden gewesen. Und an, hopp. Und hopp. Oh, da oben sieht es nochmal böse aus. Und hopp. Aber es ist toll. Das ist gut. Das ist mal hier. 3300 Meter. Wir haben es geschafft. Vielleicht kriegen wir es in der Folge hin. So, und jetzt so. Übers Wasser. Und dann da hinten wieder runter. Da hinten. Echt? Nee, halt rechts. Ah, ich habe eine Vermutung. Dieser Springbrunnen und dann auch die Säue. Ja, lass mal machen. Wieso flimmert denn mein Stream? Sag mal, was ist denn mit meiner Technik los? Ich flimmst nur, dass meine Kamera kommt hoch. Das war jetzt komplett umsonst, weil man hätte auch links einfach. Eigentlich schon. Ganz bestimmt. Speedrun hier. Oh, und let's go. Ich bin ein alter Mann, du Arsch. Egal. Eins. Komm mal, Flügel, 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 Flügel. Oh, ich wette, wir haben einen verpasst, ne? Oh, neun von zehn. Ah, irgendwann mal einliegen, dass ein Putt nicht gut ist. Ja, meinst du? Vielleicht haben die mehr als zehn Spawns dafür. Das wäre auch cool. Und wenn du einen verpasst hast, dann spawnen die dir hinterher. So, jetzt, warte, warte, wir laufen. Ich bin zu dumm für sowas. Du läufst jetzt einfach. Warte mal, ich, nee, wir laufen. Nein, du, genau. Und jetzt laufen wir beide zeitgleich drüber. Und jetzt auf der anderen Seite nur einer. Hä? Wieso gingen die jetzt aus? Weil du einen vergessen hast. Also, Moment. So, jetzt runter. Okay, wie machen wir das? Machen wir erstmal hier hinten die beiden. Warte, warte. Wir kriegen drei von hinten, die ersten beiden. Eins, zwei. Dann die vier von hier. Eins, zwei, drei. Das ist nicht gut, wenn das Licht da leuchtet. Ich glaube, dann hast du es kaputt gemacht. Noch eins anmachen. Und hüpfst du mir. Okay. Dann. Dann laufen wir jetzt. Würde ich erstmal sagen, machen wir. Ist die Kette weit genug, dass ich hier lang laufe und du am Rand langläufst? Nee. Nee, 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 nee. Okay. Aber deine hätte man auch machen können. Warte, warte, warte. Deine machen wir jetzt aus. Aber wir müssen jetzt welches anmachen? Und das hier. Nee, wir müssen... Eins, zwei. Sehr gut. Und was war jetzt? Was kam da jetzt? Ah, da ein Aufzug. Ach so. Da und damit kommen wir 300 Meter. Da ist es rum. Ich glaube, das ist beim Speedrun auch echt das Nervigste. Nicht mal. Das und Leitern. Und, und, und die Gitter, denke ich mal. Och, nee. Vielleicht ist der feste Boden mal da, wo das Gehtel war. Mal rüber. Okay, easy. Und hopp. Hoppa. Und hoppa. Und hoppa. Oh Gott. Und jetzt wieder sowas wie mit den Knochen, oder wie? Immer noch leichter als die scheiß Knochen. Knochen am Anfang haben wir echt... Haben mich echt... Keine Ahnung. Fertig gemacht. Ja, wir waren... Mit der Alpräume vor den Knochen. Ich dachte so, ich spiele das Spiel nicht mehr. Wenn das noch heftiger wird über das Spiel. Aber es wurde einfach leichter. Da kamen ja dann die dicken Röhren, die... Gehen hier runter. Ich folge Ihnen. Dann da rüber springen. Eins, zwei, drei. Hoppa. Jetzt da rauf. Eins, zwei, drei. Ganz genau. Dann irgendwie hier rüber. Dann lang. Und hoppa. Dann müssen wir noch hier runter. Frumunter. So, warte mal, warte, warte. Oder geht... Ich habe so das Gefühl, die brechen weg, die scheiße Dinger, oder? Nö, da sind einfach nur die zwei Gäste geschwingt. Final Trails. Alter, schön. Und eins, zwei, drei. Hoppa. Eins, zwei, drei. Hoppa. Wenn das bei dir nicht flimmert, Feuermann, dann ist es wohl mein Bildschirm. Oh nein. Eins, zwei, drei. Hoppa. Also bei dir flimmert nur die Cam, sozusagen. Die Cam flimmert? Ich glaube, die hat den Umzug nicht überlebt. Ich glaube, die ist doch nicht kaputt. So, warte mal, wir müssen jetzt... Wenn das hier in der Mitte kreuzt, aufs zweite dann. Und jetzt. Easy. Wir können auch auf das hier. Und jetzt. Entschuldigung. Das ist mutig, da hoch. Ja, das war gewollt. So. Boah, das gefällt mir nicht. Das ist Eis. Oh, leck. Eins, zwei, drei. Rüber. Und rüber. Oh, leck. Eins, zwei, drei. Okay. Und hoppa. Und hoppa. Ja, je höher du kommst, das ist ein Feld aber. Und hoppa. Und hoppa. Eis plus Laser ergibt Pult. Oh, aber das geht bis zu dem... Meinst du, wir könnten... Meinst du, wir können auf diese Eis-Skulptur da hinten drauf springen? Quasi abkürzen. Ja. Und hopp. Gucken wir da so die Konsistenz... Das muss ich sagen, wir hüpfen jetzt auf das Schreckding der Gegenüber und skippen das Ganze. Geht das? So, wir probieren. Und... Warte, warte, warte. Und jetzt. Warte, warte. Oh. Skipp. Mein Fahrer. Skipp. Skipp. Und... Eins, zwei, drei. Hoppa. Easy, 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 easy. Okay, und jetzt. Eins, zwei, drei. Hoppa. Warte, warte, warte. Und eins, zwei, drei. Ja, hoppa. Okay, und eins, ja. Eins, zwei, drei. Hoppa. Du brauchst ein bisschen Starthilfe. Ne, so ein bisschen. Wir haben nicht mal Schuhe an. Das muss arschkalt sein. Aber mit den Händen dann noch. Ja, eins, zwei, drei. Hoppa. Jetzt über die Kohlen, oder was? Willst du mich verarschen? Und eins, zwei, drei. Hoppa. Das ist Laub. Das ist Laub. Okay, das sieht aus wie Kohlen. So, wir müssen hoch. Wir müssen... Links hoch. Ah, da hinten. So, und eins, zwei, drei. Hopp. Mir gefällt das nicht. Warte mal. Ja, das ist wieder so ein Kipp-Ding. Okay. Hä? Ne, ne, ne. Können wir nochmal kurz auf Trambo liegen? Weil? Ne. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Da fällt wohl irgendwas auf dem Weg. Oh, da oben laufen Dinger hin und her. Ich hasse, wenn Leute laufen. Aber wir haben es. Komm, das kriegen wir drunter. Das kriegen wir drunter. Auf. Und, ähm, let's go. Eins, zwei, drei. Hopp. Easy. So ein bisschen hier anwinkeln. Und drüber. Jetzt in eine Richtung. Und auf die, äh... Deine Hoffnung startet mich wirklich ernsthaft zu irritieren. Du bist auf den Himmel, oder? Ich bin nicht so worried. Wenn du fallst, bin ich da, um den Moment zu schützen. Weiter. Weiter. Dein Schmerz wird meine Reise sein. Ja, warte, warte, komm mal, schick zurück, schick zurück, schick zurück, und jetzt. Und hoppa. Und hoppa. Letzt mittig bleiben. Oh, leck. Oh, nee, die Stelle kenne ich. Oh, nee. Du musst immer raten, welche Tür es ist. Du siehst jetzt ein Schild, du musst dir die Smileys merken und dann musst du durch die drei richtigen Türen. Und das dann immer und immer wieder. Nee, wir müssen die Reihenfolge uns merken, ne? Ja, du musst dir die Reihenfolge von den Smileys merken, aber du schaffst es nicht auf einen Run durch nur drei Türen. Du musst später dir nochmal die Reihenfolge merken. Wo ist das Safe Space? Das ist die Takeshi Castle's Ding. Safe Space? Oh, Gott. Bei deiner Mutter. Okay, die lassen wir ja die... So, so geht's. Bei meiner Mutter. So, wir machen nach dem Tor hier. Und let's go. Hoppa. Oh mein Gott, hinter uns verschwindet der Boden. Was? Der Boden verschwindet? Willst du mich verarschen? So böse. Äh, sie sind das... Und was war das dritte? Das. Äh, böse lieb, lieb. Böse lieb, lieb. Böse lieb, lieb. Also traurig. Fröhlich. 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 Und hopp. Und hopp. Noooooooon! Ich wurde... Entschuldigung. Aber als hat gerade noch diese E-Gitarre losgegen mit dieser Rockmusik, ich dachte, okay... Okay. Das ist ein fairer Safe Space. Also dann... Warte, warte, warte. Nach der Wand, bitte. Nach der Wand. Und let's go. Go. Und hoppa. Und hoppa. Und... Und hoppa. Hoppa. Oh Gott. Hoppa. Warte, 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 warte. Unten runter. Hoppa. Nein. Das war's. Das ist ein schönes. Das ist super. Das ist eine geile Passage. Okay. Wir machen die Smile... Warte, warte, warte. Warte. Die Smileys. Und... Äh... Lieb ist mir egal. Und... Ich hasse mein Leben. Ja, ja, komm. Das ist das. 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 Das wird easy. Das ist eigentlich gar nicht... Gar nicht kurz. Baut sie wieder auf. Bau dich auf. Danke. Warte. Nach den Türen. Nein, nein, nein. Und wir haben jetzt... Und los. Lieb, böse ist mir egal. Oh, scheiße. Es tut mir leid. Warte, warte. Es tut mir leid. Ich wollte dich hochschleudern lassen, indem ich gegen das Drehtal gehe. So, warte mal. Bau dich auf. Bau dich auf. Komm, wir müssen... Und... Ähm... Nach den Smileys. Und let's go. Oh, Alter. Das ist immer so... Oh, das ist... Was ist denn los? Du... Die lernt hast, das Hüpfen. Ja, I know. Achtung. Okay. Und... Nach den Türen. Okay. Nach den, ja. Und... Let's... Go. Warum hüpft der denn nicht? Was ist das für eine Scheiße? Hast du früher Takeshi's Castle geguckt? Kennst du das? Der ist aber nicht... Hä? So. Und jetzt. Und... Wo hüpft der denn? Ich hab nicht drauf geguckt. So, jetzt, 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 jetzt. Warte, warte. Erst aufbauen, oder wie? Wir haben's. Warte, warte. Okay. Easy, easy, easy. Und hoppa. Oh Gott. Hinter mir ist der Boden schon runtergebrochen. Okay. Ähm... Schlechts. Äh, ne, gut. Schlechts. Ist mir egal. Ist das der? Und... Oh, scheiße. Ich dachte, da könnte er drunter. Sorry. Ist mir egal. Egal. So, nach dem, ähm... Böse, lieb, lieb. Also, traurig. Ja, böse, lieb, lieb. Lieb. Böse ist mir egal. Lieb. Lieb. Och, nee. Ich hab lieb. Wie ich sie hasse. Dann, egal, böse, böse. Egal, böse, böse. Okay. Und hoppa. Und, äh, lieb. Gut, böse, lieb. Egal. Egal. Ja. Und hier rüber. Und hier rüber. Und, Alter. Alter. Oh. Oh. Safe Space? Oh. Ist das dein Safe Space? Das meint, das ist mein persönlicher Lieblings-Safe Space, genau. So, auf geht's. Oh. Komm. Mann. Was reingeschrumpft? Ja, mach ich auch. Ja, der Lebkuchen. Mhm. Lebkuchen im September. Das geht alles. Ja, bei euch auf jeden Fall ein schöner Grund, finde ich. Immer noch, das ist eine schöne Idee. Das passt zu euch. Das ist super. Ja. Wir haben uns halt so kennengelernt. So. Sie lieb damals, als sie vergeben war, noch haben wir vorbei und meinte, welcher Idiot es im September lebt wohl. Ja. Eins, zwei, drei und rüber. Wo willst du? Ja, es war, ich bin übermütig. Eine Warnung, ich hab dich. Okay. Nenn mich Spider-Man, Mary Kay. Und eins, zwei, drei und rüber. Okay, wo klatscht uns das jetzt? Das klatscht uns gar nicht. Hä, was ist das für eine Scheiße? Also, eins, zwei, drei, rüber. Das wird so eine Indiana Jones-Scheiße. Das verfolgt uns jetzt. Lauf! Echt jetzt? Nein, tut's nicht. Eins, zwei, drei, rüber. Eins, zwei, drei, rüber. Eins, zwei, drei, rüber. Und rüber. Okay, eins, zwei, drei, rüber. Oh Gott, okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jetzt. Und rüber. Okay. Kommt nochmal so ein Ding. Eins, zwei, drei, rüber. Und rüber. Oh, das war aber arschklapp, ne? Ich gucke immer zur Seite. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wir wollen nicht so Musik unterhalten. Eins, zwei, drei, vier. Let's go. Oh Gott. Was ist das jetzt hier? Okay. Das ist der Olympus. Da hast du feitige Zane-Zeiten. Das ist, äh, Zane-Zeiten, feitige Zeiten. Uh. Hast du wieder sowas? Oh. 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 Das ist echt erbärmlich programmiert. Ja. Ja. Immer diese Billig-Games. Ja, echt. Das ist furchtbar. Geh doch nicht. So. Und rüber. Können die sich nicht bei einem Studio wie Rockstar Games was abgucken? Und rüber. Und rüber. Und rüber. Rüber. Und rüber. Oder Quadruppel-Aids-Studio. Oh. Speedrun. Was? Oh nein. Oh. Ich weiß es nicht. Ich will nicht nach hinten gucken. Ich hab sowas geahnt, ne? Ist das nicht, das ist nicht Gott. Das ist hier, ich weiß nicht, aber wir müssen eben, wir müssen eben auf den Schoß klettern. Das ist der Weihnachtsmann der Griechen. Für welches Geld kauft er die Gäste? Oh Gott, oh Gott. Was kommt da jetzt noch? Warte, warte, warte. Oh Gott, sorry. Willst du hoch oder? Ich kann nicht hochziehen. Ja, und kurz. Nein, nochmal. Oh Mann. Ist das manchmal, also echt, okay. So, und rüber. So, ich weiß es nicht, ob das weg... Okay. Nö. Okay, die drehen sich. Einmal. Wie lange sind die auch? Zweimal. Wir haben auf jeden Fall, wir haben Zeit. Warte mal, 21, 22, 23, 24, 25. Also immer wenn die... Also jetzt warten wir... Und rüber. 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 Sehr gut. Oh, täglich überhaupt. Links nur. Ja, hier da, ne? Ja. Dann aufs Buch direkt. Was steht denn da? Kann ich lesen. Ich kann kein Spanisch. Ja. Und rüber. Und rüber. Oh, guck mal. Was haben wir denn da? Oh, schön. Oh. Oh, how cute. Schau mal an sie. Die Riding-Ponies. Oh, giddy up. Charge. Charge. Die Gäste des Himmels sind sehr nah. Oh, ich liebe es, sagen wir das. Es induzt unsere Confidence in dir und ein potenziell Fall. Warum ist da oben ein Trampolin an der, an, an, unten drunter? Ich weiß es nicht. Oder ist das Trampolin, wo du durchfällst, wenn du drüber bist? Müssen wir jetzt da wieder drauf und einer muss fahren? Muss er nicht fahren? Oh, Gott. Ich glaube nicht. Let's go. Es bricht hin und weg, ne? Und ich sitze drin wie die Könige meistens. Ja, das machst du. First try, baby. Herzlich willkommen bei Loslanders Brands Deep. Der arme Gaul. Vor allem wie der Gaul, der macht den Boomwalker. Boomwalker-Gaul. So, Kranu wollte das mal rückwärts fahren. Aber es baut sich wieder ab. Ach, schön. Aber wir haben keine Kutsche mehr. Ja. So, was ist denn das jetzt hier? Wir müssen die Engelchen drehen. Aber wie? So, dass sie sich anschauen vielleicht? Alles in die Mitte? Guck mal, der fängt an zu dampfen. Welcher? Du musst dem Engelchen einen drehen und dann fängt er an zu dampfen. Ja, den, den du gerade gedreht hast, der dampft jetzt am Kopf. Ja, der ist wahrscheinlich sauer. So, dann machen wir den hier. Echt was Gutes gedreht, du. Der dampft noch nicht. Der dampft jetzt auch. Jetzt eben hier noch. Fertig. Ah, ja. Ah, da hat sich jetzt die Stange rausgezogen, während du gedreht hast. Ja. Genau. Da war die schon Freude? Die Engel rauchen nicht nur eine Zigarette. Von hier hin. So. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich geschafft, aber nice. Ja, wie spät ist es? Wir haben dann halb neun. Nee, ich meine hier auf der Uhr. Hier auf der Uhr haben wir jetzt. Wir müssen die Zeige einmal auf die vier. Stopp, 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 stopp. Du drehst. Ich mache gar nichts, du bist dagegen laufen. Ich wurde von dem Ding verfolgt. Machen wir hier den Großen auf die fünf. Den Kleinen auf die zwölf. Fünf vor zwölf? Auf die Bücher müssen wir. Hier drüben. Da ist unser Bier. Eins, zwei, drei, hoppa. Alter, wie schön. Eins, zwei, drei, hoppa. Eins, zwei, drei, hoppa. Eins, zwei, drei, hoppa. Es war alles meine Orchestration. Du kannst überlebt. Aber das Spiel wird nie wirklich endet. Die Welt ist ein Chessbord. Und ich bin ein Patient-Spieler. Bis bald, Adventurer. Bis bald. So, jetzt schmeiß ich runter, du Arsch. Komm, jetzt schmeiß ich runter. Jetzt ist es vorbei. 69 Stürze. Hey, cool. Jetzt am Ende bricht die letzte Platte weg und wir fangen wieder von Anfang an. Irgend so was kommt bestimmt. Guck mal hier, es ist schön. Ich lasse dich mal vorgehen. Wir stellen es mal nebeneinander. Das wird hier mit dem Rücken zueinander. Also genau so. So und dann muss jetzt diese Tippdinge mal weggehen. Das geht mir von den Arsch hier. Komm weg. Ich brauche hier fürs Thumbnail was Schönes. Und dann machen wir es so. Wunderbar. Hey, ein Traum. Wir haben es geschafft. Was für wundervolle drei Abende mit dir. Hier nochmal hoch. Hier nochmal hoch. Mach's gut. Ich wünsche dir was. Ciao. Ja, adios. Summit reached. In fünfeinhalb Stunden. Sehr schön. Continue. Oh, kommt noch was. Wir sind jetzt in der neuen Hölle. Mega. Ey, haben wir es geschafft. Jetzt sind es wieder 3600 Meter. Ey, cool. Chain together. Wir haben es durch. Mega cool. Freue ich mich sehr. Und, ähm, ja. War schön. War cool. Schöne, wie du schon gesagt hast. Schöne letzte drei Abende haben wir gehabt. Und fünfeinhalb Stunden ist doch schon hier ein ordentliches Wort. Ihr Lieben. Ähm, nochmal schreit Kranow. Sollen wir mal, just for fun, diesen Lava-Modus probieren? Einfach nur für die letzte halbe Stunde so als Bonus-Material und gucken, wie wir heute kommen. Genau. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir noch eine Bonus-Folge. Halbe Stunde. Und, ähm, die seht ihr aber erst beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Wir haben's durch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt gesund. Und ciao. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.